Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren paar Let's Play Together Secrets of Grindir. Weißt du, ob das Schild irgendwas bringt? Bei dem Schneesturm glaube ich nicht. Ja, wir sind hier wieder beim winterältesten Bossfight. Und wir haben uns vergessen Buffs zu geben. Wir versuchen diese Hure von... ...Boss hier mal zu besiegen. Wo man teilweise nur ein paar Pixel frei hat, ...um keinen Schaden zu bekommen. Ihr werdet es gleich sehen. Habt ihr eh schon ein paar zuvor gesehen? Ich hasse diesen Mann nicht, ne? Ich hasse seinen... Ich komm damit... Wenn es nur die Strahlen sind, dann ist das ja easy hier. Aber wenn dann noch alles drei auf einmal dazukommt... Er pustet wieder ganz oben, ganz unten. Mitte. So, dann mal kurz. Um, auf ihn drauf. Das hasse ich. Oh, wir müssen ganz hoch. Nicht angreifen, nicht, nicht greedy werden. Mitte. Aua. Ganz unten. Mitte. Und unten. Okay. Okay. Wie wurdest du gerade eigentlich nicht vom Schneeball getroffen? Keine Ahnung. Egal. Ist gut für uns. Jetzt wird's wieder hart. Okay, es trennt's... Wir trennen uns ab. Das war gut. Jetzt eskaliert er wieder. Ey, worauf soll man überall gucken hier? Wie hart wir am Spam sind? Du Hure! Wo soll ich hin? Ich hab noch Half-Life. Ich geb dir mal ein Schild. Weg, weg, weg! Easy. Mitte, Mitte, Mitte. Runter. Runter. Links. Schneeball kommt. Mitte bestimmt. Mitte, ja. Mitte links. Ja, ganz links. Ist der irgendwie krank? Ist der Bastard krank? Hilfe! Wo soll man hier hin? Ja, da kannst du doch gar nicht ausweichen. Jetzt pußt. Oh, sauber rüber, komm, lauf! Buffs gehen, Buffs gehen, Buffs gehen. Lass, lass, lass hier warten. Das können wir uns nicht leisten, nee. Das können wir uns nicht leisten. Schafft man halt nicht. Von der Zeit her ist das wieder verschwimmend, wie der dann anfängt. So, komm, mach. Die Hure. So, rauf da. Rauf da auf die Hure. Nein, 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 weg, weg! Der lässt uns jetzt aber auch nicht mehr ran, ne? Wenn der so viertel low ist, lässt er uns nicht mehr ran. Das hört sich ein bisschen falsch an. Scheiße, jetzt hab ich einen Schneeballer bekommen. Oh, 37 live. Runter. Rauf, rauf, rauf. Ich geb dir ein Schild. Und weg, weg, weg. Oh, jetzt weg, das. Oh, LP kritisch. Oh, oh, oh. Ein Hoch, Saab, ein Hoch! Oh Gott, oh Gott, komm. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Oh Gott. Runter, runter, runter. Was sollst du denn hier noch hin? Hoch, hoch, hoch. Zu mir? Was? Warum hab ich denn nicht bekommen? Runter. Runter, nein, ich hab mich aufgepasst. Rechts, rechts. Rauf, rauf, rauf. Ich bin LP kritisch übrigens, 34. Nein, da werden wir wieder gefickt. Was sollst du denn da machen? Guck mal, wie viel down wir den haben. Aber guck mal, wie viel down wir den haben. Wenn wir den unter so wenig Leben haben, geht der so hart ab, der Junge. Aber wie solltest du da jetzt noch auskommen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß aber, dass wir in diesem Part diesen Bot schaffen, wenn der Part 5 Stunden geht. Buffs geben. Das ist mir sowas von egal. Diese Hure will ich da jetzt machen, ey. Rauf auf die Hure, geil. Ja, schmeiß immer deine Schneeballschleimung in die Notte. Oh, wir haben den jetzt dreimal fast down gehabt. Das war so bitter. Ganz oben. Auf ihn drauf kommen wir also. Mitte. Ja, ich hebe fest. Funder. Was ist das? Die müssen wir da. Hass ihn. Das Spiel überträgt so hart. Man merkt, dass es ein japanisches Spiel ist. Ja, übertreib halt wieder. Wo soll ich denn hier hinfliegen? Ey, geh kritisch. Komm! Boah, hat der geschluckt. Das war so doll aus hier. Rauf auf die Hure, ey. Ich seh' den jetzt machen, komm! BAM! Jetzt machen wir ihn sub! Oh. Runter. Ja, ja. Nach links zu Schütt yeah. Aua. Ja, wo sollen wir hier fliehen in dem Feld? Ja, hoch, hoch, hoch. Sub, Mitte, 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 oh. Es ist so behindert. Ich hab noch neun HP. Komm, Sub, ich hab noch neun HP. Ja, wir haben ihn gemacht. Oh Gott. Gott im Himmel. Das Spiel mit den behindertsten Bossfights, was ich je gespielt hab. Ich hab neun Leben. Neun. Wie viel hast du? 140. Okay, das geht ja noch. Obwohl ich das nicht mehr veressen hab. Dreckige Menschen. Ihr glaubt, ihr habt gewonnen. Aber ihr werdet in diesem Tempel keinen Sieg davon tragen. Das war gar nicht meine finale Form. Wenn ich schon sterben muss, nehm ich euch alle mit mir. So kalt. Hey, was ist denn jetzt los? Junge, nein. Winter, hör mit diesem Wahnsinn auf. Hahaha. Kauert vor mir, ihr wertlose Menschen. Verflucht euer Schicksal, während euer Blut zu Eis gefriert. Ich sagte... Stopp! Naniwa? Bist du das? Winter? Bist du wieder da? Oh, Naniwa, ich habe immer an dich geglaubt. Ich bin so froh, dich erblühen zu sehen, bevor ich gehen muss. Was meinst du, bevor du gehen musst? Das werde ich auf keinen Fall zulassen, Opa. Wir werden dich im Handumdrehen wieder zusammengeflickt haben. Das Artefakt, all die Kraft, die es mir gab, musste ich doppelt zurück sein. Ich stahl mir mein Leben und meinen Verstand. Aber wir haben gewonnen. Ich habe es Frühling werden lassen. Du kannst nicht sterben. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Winter. Winter. Und... 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 So emotional gerade und jetzt... Und... 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 Du machst immer die andere Fakte. Nutzloses Insekt. Nicht einmal mit meiner göttlichen Macht konnte er seine Träume wahr werden lassen. Du bist am Leben? Auf keinen Fall lässt sich Winter sterben, während du weiterleben darfst. Was willst du machen? Mit Blättern auf mich werfen? Bist du ein Bisasam oder was? Könnte ich Bisasam. Au! Aua! Was? Du... Das... Hör auf! Das hat keinen Zweck in Anniper. Werde mein ergebener Diener und lass uns diese sehr bärmische Welt erobern. Yes! Yes! Unsere Herrschaft soll eine Ewigkeit andauern. Was sagst du, Junge? Ja! Ja! Zweites Artefakt im Beutel. Ja, aber das wusste er ja vielleicht nicht so schön jetzt. Übrigens habe ich noch ein HP. Ich weiß nicht, warum ich für ihn neu hatte. Das ist auch ein HP, weil der Winter doch jetzt ein mega Spruch da losgelassen hat. Und das war natürlich so. Ein HP runter. Und mit ein HP schicken sie uns hier rein. Ja! 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 Einfach, einfach, einfach weg. Sehr schön Spiel. Sehr schön, schickt uns mit ein HP, weil es einfach so ein Hurenspiel, ey! Kann man es noch untauschen? Zwei Stunden ist noch her, ne? Nee. Santa Fe. Naniwa, du bist wieder da! Was ist mit Winter? Wir haben ihn aus den Fängen des Artefakts befreit, aber wir konnten sein Leben nicht retten. Ich verstehe. Ich bin froh zu hören, dass es vorbei ist. Aber ein freundlicher alter Mann wie er, er hatte ein besseres Ende verdient. Ja, lass ihn uns als den Mann in Erinnerung halten, der er war. Nicht als das Monster, das seine Gestalt gestohlen hat. Ich spüre, dass etwas an dir anders ist, Naniwa. Ja, es ist fast so alt. Frühling! Wir haben eine lange Zeit auf dich gewartet. Ich wusste, eines Tages würdest du es schaffen. Na, ich meine Frühling. Vor allem, da steht Spring. Spring, ja. Scheiß-Übersetzung, ey. Vergessen zu übersetzen. Scheiß-Übersetzung, ey. Richtig mal. Hey, ihr tut es, als wäre ich eine komplett neue Person oder so. Ich fühle mich ein bisschen weiser und so. Aber ich bin immer noch das alte mich. Mitchell weiser? Ja. Äh, hättest du auch ein eben weniger getan. Na, wenn ich je einen Widerspruch gehört habe, dann ist das einer. Haha, ich bin froh, das zu hören, Frühling. Ich hatte schon Angst, dass wir... Äh, ich hatte schon Angst, wir hätten uns noch einen Herbst gefangen. Was? Was soll das heißen? Obwohl ich froh bin, dass du dich nicht allzu sehr verändert hast. Nach den jüngsten Prüfungen ist es beruhigend zu sehen, dass dein Optimismus nicht verlassen hat. Ich schätze, jetzt heißt es auf Wiedersehen, ihr alle. Vielen Dank für all die viele Hilfe. Jungs Mutter, Charlotte, rettete uns vor all diesen Jahren vor dem Frostling-König. Und hier seid ihr nun. Die Familientradition hochhalten, schätze ich. Dich werde ich auch vermissen, Beutel. Bitte pass für mich auf Junge auf. Ja, scheiß auf mich. Wer würde nicht einen lustigen, charmanten und gut aussehenden Kerl wie mich vermissen? Wenn du je wieder Ergon mit einem antiken Artefakt hast, komm einfach angeheult und wir schleppen es davon. Die Sammlerschatzkammer hat immer einen Platz für seltene Gegenstände. Ob böse oder nicht. Lass uns zu deinen Vorderzeugern, Jung. Ihr wird diesen Handschuhtypen sehen wollen. Ah. Wir haben aber hier noch einiges zu tun eigentlich. Also in dem Tempel nicht. Aber wir haben noch die Santa-Mission. Ach so, so meinst du. Wir haben noch den Troutan. Das Ding, ein von zwei Troutan haben wir. Hier ist auch noch eine Quest. Okay, er gibt halt noch eine Nebenquest. Wie Nato. Ach so, das war hier doch der... Hey, ihr seid diejenigen, die unsere ältesten Besikt haben, richtig? Ich kann zwar nicht behaupten, dass ich über den Ausgang allzu froh bin, aber ich brauche nicht jemanden Starken, der mir auslösen kann. Also siehst du aus, du brauchst einen starken Kerl, ne? Redet ihr, als wenn er in den Tempel der Jahreszeiten ging, verfolgte... Verfolgte ihn, mein Freund Mesido. Ich habe versucht, ihn aufzuhören, aber... Es ist so, Mesido ist mutig im Herzen, aber wenn es darauf ankommt, ist der der Belastung nicht gewachsen. Könntet ihr bitte zurück in den Tempel gehen und ihn suchen? Versteckt sich vermutlich irgendwo in einem Loch. Verachtlicher Mut, irgendwie so. Oder verachtlicher, ja stimmt, verachtlicher Mut. Wie Nato, eine Fäh in Santa Fäh, will, dass du seinen Freund Mesido findest, er ist in den Schreien der Jahreszeiten gezogen, um Winter aufzuhören, aber kam nie zurück. Wie Nato ist sich ziemlich sicher, dass sein Freund sich in einem Schub noch irgendwo im Tempel versteckt. So, sagen wir mal so, dann müssen wir wenigstens, wo wir hin müssen, ne? Ja, aber waren wir nicht schon überall, oder meinst du, die Quest wird jetzt erst getriggert? Die wird jetzt bestimmt erst getriggert. Okay, sagt auch mein Charakter. Okay, Schlupfloch. Irgendwo in einem Schlupfloch. Geradeaus einfach mal gucken. Finde Mesido in. Okay. Ah ja, stimmt. Finde Mesido in. Ah, jetzt gucken wir jetzt. Achso, nee, das sind noch hier. Äh, ja, keine Ahnung. Einfach mal. Ah, nee, hier war ja bloß, dass ich... Ja, aber vielleicht hat er sich ja hier versteckt. Ja, wir haben immer noch nur einen HP. Das ist... Korrekt. Das ist nicht gut. Nee. So, ist der hier hinter irgendwo? Erst mal hier lang gehen. So, ist der hier irgendwo? Mesido? In dem Loch ist der irgendwie, dieses. Wo ist der Loch? Im Loch deiner Mutter oder was? Meinst du, das war echt so ein krasser Hinweis mit dem Loch? Ja, wenn der sagt, er hat sich in irgendeinem Loch versteckt, dann... Dann gehen wir mal da oben den Schlupf. Vielleicht hier mal hin. Da waren wir heute noch gar nicht. Nee. Das ist bloß, um hier Frühling zu triggern. Dann müssen wir erst wieder Herbst machen und dann hier noch Wasser fallen. Ja, und dann Frühling. Okay, hier ist er aber schon mal nicht. Oder wir können auch hier unten lang gehen. Ich dachte, wir können hier vielleicht rechts hier über die Grube oder so. Keine Ahnung. Aber da kommen wir auch von Anfang wieder hin, oder? Ich weiß es nicht. Weiß auch nicht. Ja, ich bin tot. GG. Ja. Das war aber auch hart assi für im Spiel. Es ist echt assi. So. For life. Easy. Komm, Karte. Scheiß aufs Money, Alter. Ey, bald 10.000 zusammen. So, wollen wir mal in die Mitte gehen? Äh, ja. Und dann nach rechts. So, Mesido. Lass doch mal zum Boss. Oh, Flash ist da noch irgendwie was. Na. Sieht nicht so aus. Boah, was ne Fotze, ey. Achso. Keine Ahnung. Wo kommen wir da hin? Waren wir links nicht schon gerade eben? Ne, wir sind von unten gekommen. Oh, da! Da ist er. Ey! Wer seid ihr? Bitte esst mich nicht. Hm? Binato schickt euch. Überpreist die Jahreszeiten. Ich dachte schon, ich wäre für immer hier drin. Dieses Ort ist viel zu gefährlich für mich, um alleine zu gehen. Ich werde euch einfach nach draußen folgen. Zwei süßen Shits. Warum? Oh. Warum synchronisierst du den Gay? Weil der Gay aussieht. Achso, ja okay. Das ist eine klare Ansage. Das ist eine klare Ansage. Ja. Das sehen alle Gay aus. Okay. Oh. Aber Mesido piekst mich nicht so an. Wie Nato. Achso, ne stimmt. Mesido ist den, den wir jetzt mit haben. Wer wird denn jetzt der neue... Wow. Wer wird denn jetzt der neue Winterälteste? Ich glaube, das wird gar nicht aufgeklärt. Wow. Scheiß Spiele. Sondern haben wir den ja wenigstens noch fix gefunden. Das ging ja recht schnell. Ja, das ging ja in der Tat sehr fix. Guck mal, er kommt nicht mal hinterher, ey. Da ist er. Ja. Mesido. Ich war so besorgt um dich. Warum hast du dich in solche Gefahr begeben? Danke Menschen. Ihr habt mein Herz und meinen Verstand beruhigt. Ich weiß nur, dass es nicht eure Schuld war, was mit Winter passierte. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Jo, das ist doch ein richtig geiler Ring für den Sub. Ja, plus Magie, plus 10 Magie. Aber ihr macht Verteidigung runter, ne? Ah. Angriff. Magie haben eigentlich sowieso keine Verteidigung, sondern nur Angriff. Ich krieg 10 Magie Minus und 15 Angriff Minus. Der ist doch nicht so geil. Oder? Macht der dir Magie hoch? Ja, 10er. Okay. Warum krieg ich denn 10 Minus? Hier waren wir schon mal drin, ne? Aber hier kann man nichts machen. Wo bist denn du? Ne, da, 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 da war nichts schon, ja. Da war nichts. Das ist, glaube ich, dieser Schrein der Ältesten oder so. Oh, irgendwie so. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, bevor wir die restlichen Missionen in Santa Fe, die restlichen drei Missionen in Santa Fe machen, wir müssen den Frostding noch irgendwie finden, machen wir hier einen Cut. Das machen wir dann im nächsten Part. Hier sind wir erstmal fertig in Santa Fe und dann schauen wir mal, ob wir die letzte Mission da alle noch gepackt bekommen. Hoffentlich seid ihr wieder dabei. Wir würden uns freuen. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.